Bildschirmwackeln ist sowieso immer eines der nervigsten Sachen. Mache ich in jedem Spiel eigentlich aus, weil... Ah ja. Südlich. Ah, und einmal drum rumfahren ist am intelligentesten. Passt. So, los, snipe mich, Chat. Nach Süden, ne, haben wir gesagt. Oh, da lang. Ach nee, was ist das? So. Ne. Jetzt einfach nur überleben. Überleben, ankommen, reich werden. Oh Gott, irgendwas stimmt heute noch nicht. So, passt. Hm. Ne, 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 ne. Ja, danke. Aber knapp mit dem Felsen, ne. Bin ich da hin? Ja, aber wir sind eigentlich fast da. Jetzt schießt und haponiert sich das besser. Bin ich gespannt. Das ist die Insel. Wir müssen auch von der anderen Seite, haben wir gesagt. Sonst habe ich so einen langen Laufweg. Jetzt bitte einfach nicht, kein Hai, kein irgendwas. Ich bin eh noch nicht sehr, also ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden mit meiner Harpun-Leistung. Einen Quaken also? Ich nenne den auch nicht. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Und der muss heute auch wirklich nicht sein. Aber hier hoch, ich sehe ja nix, ey. Den muss ich heute wirklich nicht noch kennenlernen. Kommt, die Musik her. Oh Gott. Was ist denn das für ein Outpost? Der ist ja schlimm. Random meteorite, der da ein Schiff trifft. Äh, das wäre es jetzt. Ein Outpost, das habe ich wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Doch. Ein Trubbish. Für den besseren Überblick empfehle ich dir unter Video-Einstellungen Sichtstelle von 90 auf, äh, auf, Moment. Von 90 statt Standard, also auf 90 statt 78. Mehr POV ist auch immer gut, mag ich. Ah, das sind die Insel, da waren wir doch vorhin oben drauf. In GW2 zum Beispiel habe ich auch auf Max gestellt. Ne, ich habe Max rausgesumt. Nicht POV geändert. Oh. Na? Na? Da müssen wir jetzt drauf gehen, also absaufen. Ah Gott, hier. Ne. Lass den Anker runter machen. Gott. Egal. Ah, wunderbar. Jetzt nochmal schön reich werden. Warte, bist du der Goldhain? Ne, ne? Nein. Äh, ah, perfekt. Hier. So. Schaffen wir es auf die Zone? Das wäre nicht viel. Jo, ich habe den Müll gefangen. Warte. Ich möchte nochmal drehen. Also ja, hier. Bin ja genau falsch rum. Oh nein, was machst du denn jetzt, Schiff? Das war so nicht geplant. Jetzt haben wir doch wieder längere Laufwege. Ach. Egal. Ne, bäb. Ja, nun. Also. Ah, good enough. Hm. Bin mal gespannt. Das wäre schon geil, wenn man mit allem hier jetzt 250 knacken und ich mir endlich mal ein Schiff kaufen kann beim nächsten Mal. Das wäre schön. Ah ja, und da stehen sie dann so alle. Da, da, da. Das war gut. Ich würde ja eigentlich, ich hätte ja gerne näher hier dran geparkt, aber, hm. Das hat jetzt irgendwie nicht so geklappt. Und im Stehen zu drehen, muss das Segel ganz oben sein. Ist mein Segel nicht ganz oben? Oh, tatsache, oh. Wusste ich. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, warum wir das raus sind aus dieser kleinen Bucht. Kein Segel, was? Oh Gott. Ja, das wusste ich. Ich habe es aber nicht mal gemerkt. Fuck. Hast du recht. Ich habe Löcher drin. Na, wenn jetzt weiter mal. Jetzt machst du mir Angst. Tatsache, warum? Ach, weil wir hier angeschrammst sind, natürlich. Danke, danke, danke. Ey, ich will es jetzt halt mittlerweile auch. Da. Na. Doch. Es ist sogar nur eins. Siehste? Eigentlich so schlimm. Oh. Nehme ich jetzt nochmal so mit. Und wirklich dann Tee. Eieieiei. Wenn mir jetzt das Schiff mit dem ganzen Stuff hier abgesoffen wäre. War ich halt alte Fiat. Gut, wir machen ja eh gleich ja auch so. Aber. Eieieiei. Das waren jetzt sieben Stunden Schifffahren heute. Eieiei. 7200. Ich sage, wir schaffen es ganz knapp nicht auf die 250.000. Und. Uns Dienst dafür. Ach da. Ich habe dich gesehen. Katharonschutz zurück kann ja nicht. Was? Wer? Muss geleert werden. mit. Ach so. Ach Gott. Äh. Was ist das denn jetzt für ein Geräusch? Wieso habe ich Löcher im Po? Warte mal. Das ist aber nicht. Das ist. Ne. Du bist das nicht, ne? Nein. Was sind denn die blauen? Sind die da oben? Ach ne, die sind da vorne. Ne, warte mal hin. Ich sage, ey, langsam bin ich durch. Mal Handelsbund. Ja, mach ich ja. So, nimm das mal. Gott. Ah, warte noch. 38. Und der andere nimmt aber die leere Tugel noch, ne? Was ist denn da jetzt? Warte mal. Mit der Tugel kann ich nochmal zurücklaufen und einzelne Sachen reinpacken. Muss ich nachher einmal weniger laufen. Nein. Ich wollte schwimmen. Ich stink. Das ist, dieses Hin- und Hergewände ist super anstrengend. Der kommt mal ins Schwitzen. Deswegen wollte ich noch ganz schnell duschen. Mhm. Ihr glaubt mir das doch, oder? Alter. Müsst du die jetzt auch so? Ja. Oh, 1000. 500? Oh, es könnte ganz knapp reichen. Mhm. Das wäre spannend. Da müssen wir wirklich im Discord. Weil ich bin nicht kreativ genug, um mir ein Schiff, äh, ein Schiff für einen Namen. Genau. Einen Namen für ein Schiff zu überlegen. Wobei, das lassen wir mal da. Das weiß ich nicht, was das macht. Gott, wie viele Kisten. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist er schließlich, äh, schließlich die Badehose schild. Richtig. Die war nämlich viel zu eng. Dadurch kriegst du keine Luft und, äh, da kann man nicht richtig schwimmen. Du hast das System verstanden. Oh, nee, es ist aber wirklich zu spät langsam. So, hap. Bitte keine 9 Millionen der Black... Nein, keine Black Pearl. Das muss schon irgendwas mit meinem Stream zu tun haben. Irgendein Wortspiel. Wir haben ein paar sehr, naja, ich will es nicht begnadet sagen. Begnadet, das klingt so positiv. Aber wir haben ein paar Leute in der Community, die durchaus, äh, sehr wortspielaffin sind. Da wird schon irgendjemandem was einfallen. Nja. Ich hab ja nicht geguckt, wie viel haben wir denn gerade. Man hat 41.000, ach, das wird nicht reichen, sag ich. Ganz knapp nicht. Wir hätten doch die andere Sache machen sollen. Oh. Aber das darf mit allen. So. Oh. Ah. Eineinhalbtausend. Oh. Das könnte klappen. Ah, spannend. Ich hab ja wirklich gut, dass um die Uhrzeit kein, ah, verdammt, kein Mensch mehr spielt. Weil wenn wir das jetzt vor ein paar Stunden noch gemacht hätten... Ah, woher liegt ja noch ein Haufen stuff rum. Ja, es sollte sogar wirklich reichen. Äh. Vor allem mit dem einen roten Schiff vorhin die ganze Zeit. Boy. Ich hätte ja nie meinen Shit irgendwo abgeben können. Mit denen auf der Karte vorhin. Die haben ja alles gejagt. Wie viel? 138. Das war jetzt enttäuschend. Diese Wiesentruhe. Die BB, genau. Die, die war, die war frech. Einmal habe ich mich hier mit ihnen angelegt. Ja, surprise. So, was machen wir jetzt? Nee. Ich hab den Schädel, actually. Ich glaub, die Schädel geben mir. Es kann halt immer noch sein, dass jetzt irgendwer herkommt und auf mich ballert. Und daher möchte ich eigentlich noch die wertvolleren Sachen jetzt abgeben. Ich bin nicht der allzu kreativste, was Namen angeht. Ich glaub, wie wär's mit, äh, der Stroh baut. Oh, was ist das Haus? Oder die Stroh braut. Ah, weiß nicht. Oh, 199. So viel zu diesem Mehrwert. Das muss so ein richtiges, das muss halt zum Stream passen und so sofort so zack machen. Werd' da einfach im Discord fragen. Da werden schon die ein oder anderen Personen lustige Namen kriegen. Weißt du, wie mein Schiff heißt? Sach? Bin ich gespannt. Ey, was ist das denn alles? Gott! Es ist ja wirklich einfach nur hin und her laufen, hin und her laufen. Schiff. Wirklich? Du hast es einfach nur Schiff genannt? Das ist so stumpf, dass es schon echt wieder witzig ist. Weißt du? Einfach Brot, Schiff, ja. Also. Komm, komm, komm. 400! Ach, komm schon. 2700. Ach, Mann, ich war mir ganz noch so sicher, dass das aufgeht. Äh. Bin ich mir nicht mehr so sicher. Wollen wir, Liev. Jetzt wird der Schatz, Heini. Ich hab acht Stück. Ja, okay, gut. Ich hab noch nicht eins. Ich charter noch. Mein drittes Mal heute, dass ich's spiele. Aber es macht echt Spaß. So, komm, das ist was wert. Hier, nimm. Los, jetzt erst mal dick. 2000, 1200, ja. Was fehlt jetzt noch anderthalb, oder? 1400. Ja, wir sollten sie hinkriegen. Meine Gully, the Rotten Christ, bis hin zu meiner Brigadine. The Anvil of Thunder. Anvil of Thunder, find ich spannend, der Name. Ja, okay, da gibt noch einen Haufen Stuff rum. Wird eigentlich das da? Ach, Kiste. Ach so. Ich dachte, das wär wieder sowas, was ich dem Typen da... Ich überlese mich den ganzen Tag. Ach so, nee. The Lachs Po. Hab ich schon gelesen, ich hab's noch nicht vorgelesen. Ich lese euch schon öfter, als ihr denkt. Ich lese noch nicht immer alles vor. Na, ich doch noch die Mighty Money. Oh. Handelsbund. Oh. Ach so, doch zu denen. Hä, bei Juwelen? Ich mein das ernst. Ich lese manchmal Sachen, während ich noch auf irgendwas antworte. Und da haben wir's. Ich hab meine jetzt 250.000. Nice. Das heißt, wir können nächstes Mal ein Schiff holen. Ach, geil. Mighty Monkey. Warum nicht? Dreiköpfige Affe? Du willst es nicht, ne? Doch. Aha. Oh, je, je, je. Pokemon? Hm. Da wären dann Pokemon mit B und Doppel-G. Warum wollt ihr denn das? Ach, ist mir egal. Spart mir Laufweg. Das ist mit dem viele View. Warte. Äh, nicht Einladungen, um Gottes Willen. Äh, Einschüller. Nein. Mein Gott. Wo ist das? Hut? Nee. Oh mein Gott. Äh, Grafik? Sichtfeld, ah, da. Ja, okay. Das hat keinen negativen, keine negativen Auswirkungen. Es wirkt besser. Dankeschön. Und es gibt einen Schiffsbautyp namens Kogge. Koggemon? Na. Wer wäre denn ein Pokemon? Vielleicht sehe ich dann endlich mal mehr, was passiert. Ach, schade. Hat er gehofft, du nimmst das auch. Ah. Allein dafür wäre eine Crew ganz nett. Dass man nicht hundertmal hier und her laufen muss. Also ja. Ohne Strochis Kogge. Ah Gott. So, der Gefallen. Free Next. Danke für den Follow. Guten Morgen. Ich habe eine Gilde joinen. Das alles in einem Punkt abgeben. Ja, das war dieses, äh. Wir hatten es schon mal, äh, gelernt. Oh. Oder eine eigene machen. Kommt schon noch alles. Hey, moin. Kommst du leider genau zum Ende. Wir geben, wir hatten nur noch den letzten Shit ab. Und ich kann mir endlich ein Schiff kaufen. Da habe ich den anderen gar nicht gecheckt geliefert. 6.000. Ah, guck mal, dann haben wir sogar noch Geld über nächstes Mal. Dann kann ich mir sogar mit dem übrigen Geld noch was zum Anziehen kaufen. Ich kann mir doch dieses schwarz-goldene, äh, Oberteil kaufen, das wir heute gesehen haben. Äh, nee, warte mal. Den müsst ihr dir hier vorne nehmen. Ist ja auch schon spät, slash früh. Ja, für mich ist es spät. Ich bin jetzt über sieben Stunden live. Perfekt. Irgendwann lerne ich noch besser einparken hier. Eines Tages. Ah. Oder Waffen? Oder doch nicht das Kleid. Ich will erst mal schick aussehen. Wobei. Ist ja eigentlich noch so schäbig aussehen, glaube ich, lassen mich manche Leute vielleicht in Ruhe. Und ich habe ein bisschen länger Welpenschutz. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Ah, 257. Naja. Ich glaube fast. Schwimmen ist schneller, oder? Da jedes Mal rüberklettern. Ah, nee, nimmt sich nicht viel. Da probieren wir gleich noch aus, bevor wir es verkaufen. Dass er wie dieser Speer oder Dreizack. Und ein bisschen rumschießen kann. Dass der aber irgendwann ausgeht und einfach despawnt. Das wusste ich nicht. Sonst hätte ich den vorhin ein bisschen sorgsamer verwendet. Hältst du beim Aufnehmen von Items, äh, deine Taste eigentlich gedrückt? Ja. Muss ich. Sonst geht nicht. Kann ich das auch umstellen? Vielleicht kann man alles umstellen. Schlechtstes Spiel einfach auf den Standard-Settings kompletter Murks. So, jetzt haben wir alles, oder? Warte mal. Ähm. Jo. Genau, ich halte. Wenn ich nicht gedrückt halte, dann nehme ich es nicht auf. Oh. Hm, okay. Hm. Ist bestimmt funny. Für den Wind in den Segeln. Aber, ja. Warte mal. Ich glaube zwar nicht, aber... Oh. Doch, tatsächlich. Bei dir. 2800. Nett. Gameplay. Gameplay, Gameplay, Gameplay. Hm. Aufnehmen von Items. Ne, für Interaktion. Für Interaktion kürze gedrückt halten. Aha, was habe ich denn hier zum benutzen? Kürze gedrückt halten. Schiffssitzinteraktion. No. Schiffskleinorden. Nö, ja, ist schon alles gut. Automatisch im Wasser treiben. Was? Wenn du unter Wasser bist, treibst du automatisch wieder zur Oberfläche. Nö, ja, ja, ja. Nö, alles gut. Danke. Als habe ich nichts zum Aufnehmen. Warte mal. Äh. Kann ich's gar nicht mehr testen. Mist. Ah, ach, nee. Hm. Das ist unser x-tes Schiff heute. So, warte. Aber wir gehen mit Big Bang. Ach, egal. Hm. Euer. Ah, die Schönen, die wir alle gefunden haben, heute haben wir alle nicht mehr. So. Piu. So. Ist das gerade nach oben? Oh, ach so. Oh, das wird jetzt auch so, ich muss nur kurz drücken. Und das auch nicht. Oh mein Gott, wie oft ich dann... Oh, das wäre... Oh, das hätte ich früher wissen müssen. Und das sehen jetzt alle? Kommen jetzt Leute her? Und denken, hier gibt's Party? Nice. Plus Sonne. Oh. Wollen wir noch mehr? Hm. Alle in der Nähe können das sehen. Piu. Warte, komm. Vielleicht haben die hier noch schnell so ein cooles Feuerwerk. Ah. Was? Oh, schade. Kein schönes, großes Feuerwerk. Dad. Oh, doch, hier. Alles was nicht, Feuerwerk ist weg. Okay. Das Ballern war noch alles hoch. Und dann machen wir aus. Die Leute sollen sich denken, was ist mit dem Kerl da falsch? Was macht der da? Warum verrät der sich denn, wo er hockt? So korallende Feuerwerk. Mit Wachenart im Feuerwerk. Oh. Oh. Ich dachte, das ist nur der eine. Oh. Oh. Wir haben eine coole. Entdeck du mal das Spiel für dich. Fetzt. Ich habe richtig Spaß. Die sind ein bisschen... Na gut. Ich will die Kleine zuerst wegballern. Ja gut. Ich bin jetzt mal die Muni ausgegangen. Dann habe ich den Gegner mit Feuerwerk beschossen. Ja gut. Blütenmeer. Schimmernde Wellen. Was ist denn das mit denen? So, der vorletzte. Ich hoffe, es ist jemand in der Nähe und freut sich auch ein bisschen mit. Der Feuerwerk ist schon cool. Oh. 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 Schön. Feuerwerk sollte immer so aussehen. Groß, bombastisch. Am besten nämlich von der Stadt organisiert. Ah. Das ist doch toll. Wir hätten da hochklettern können. Schade. Hm. Hat anscheinend keiner mitbekommen. Na gut. Das war eine erfolgreichere Session heute. Wir haben genug Geld für unser Schiff. Endlich. Nach drei Sessions mit E, glaube ich. Können Sie das in der Kanone stehend machen? Oh. Da, diese Kugel. Hätte auch gereicht. Aber mit dem Unterwasser Dungeon hat es mehr Spaß gemacht. Das war fein heute.